Was geht Leute, damit auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video und zwar machen wir in diesem Video ein 2 vs 2 Fußball Challenge auf dieser Map. Man muss im Team zusammenarbeiten und ich erkläre euch kurz mal die Regeln. Der Mortis muss schauen, dass er so schnell wie möglich ins Tor geht, ins eigene, um das zu verteidigen und der 8-Bit muss schauen, so schnell wie möglich an den Ball zu kommen. Kommt da schneller wie der andere 8-Bit zum Ball von dem gegnerischen Team halt, darf er zuerst schießen, Ultis werden aufgeladen in der Mitte zusammen. Wenn er trifft, dann ist dasselbe wie der von neuem, wer schneller am Ball ist, darf schießen. Wenn er nicht trifft, darf automatisch der andere 8-Bit schießen. Und ja, wer schneller am Ball ist, kann schneller 2 Tore erzielen. Es ist aus, sobald 2 Tore erzielt wurden oder das andere Team, wenn die Zeit aus ist. Aber die Zeit kann ja nur aus sein, wenn es 1-0 ist. Beim 0-0 oder 1-1 ist es halt so, dann ist es einfach ein Unentschieden. Also beim Unentschieden wird wiederholt, also von dem her viel Glück an das andere Team. Ich hoffe, wir machen das Vorrat super geklappt. Zum Testen, let's go! Ihr werdet jetzt auf jeden Fall gleich sehen, wie das abläuft. Muss schnell sein jetzt. Ich darf nicht auf den anderen drüben schauen. Ich habe einen Fehler gemacht, Mist. Dann Busch auch noch mitnehmen. Was hat er für einen Run gemacht? Er ist schnell am Ball, er darf sich die Ulti aufladen. Und darf zuerst schießen. Oh, okay, den Ball mies weg hat. Jetzt muss ich auf mein Met vertrauen. Bitte mach das, Che. Er muss auf jeden Fall hinterm Zaun schießen. Che, nein! Okay, jetzt wird es bremslich. Also in der Proberunde war das nicht so. Die werde ich euch nochmal, glaube ich, einblenden. Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel das Store gemacht. Alter, er macht das Wuselig schnell. Ist das so schnell gewesen? Ich frage mich das. Okay, jetzt habe ich den Boost nicht mitgenommen. Okay, er ist wieder schneller. Er ist einfach wieder schneller. So wurde nicht ausgemacht. Okay, das ist echt mies für unser Team. Che, bitte mach das. Er halte den Let's Go, GG. Er rettet mich. Wichtig. Jetzt bin ich dran. Ja, ich mache das 1-1. Und jetzt wieder. Ich bin jetzt so langsam auf einmal. Ich glaube, vorher war ich einfach schneller, oder? Da generell. Wie schnell er ist. Ich glaube, es baut er besser. Okay, also Che, wir müssen das irgendwie machen. Du musst das irgendwie durch den Skill machen. Ich bin mit 8-Bid irgendwie auf einmal so langsam. Das war vorher nicht so. Er ist schon drüben, Digga. Es sind beide auf jeden Fall den Spiegel gleich aufgebaut. Ey, wie viel? Wie geht das? Nein. Okay, es wird ein Unentschieden. Ja, er schießt noch ein Ball extra weg. Nein, er darf nicht schießen. Che, 5. Du musst ihn halten. Sonst ist er Unentschieden. Er haltet ihn. Unentschieden. Das heißt, Runde wird wiederholt. Also wird wieder von neu gemacht. Unentschieden geht es aus. GG an Che. Er macht das richtig gut. Unentschieden, was wir nicht gehofft haben. Aber ist passiert. Gott sei Dank. Ich habe leider an dem Ball zu schnell gespielt, dass er noch schießen hat können. Und ich nicht mehr. Das ist echt mies gewesen. Ich weiß nicht, wie man... Ich bin vorgelöscht. Erst darf da nicht hängen bleiben. Ich glaube, er macht das zu clean. Er macht das zu clean. Er ist einfach schneller. Er ist einfach schneller. Er hat aus den ersten Runden gelernt. Und macht das wie eine Maschine. Sorry, Che. Aber ich vertraue den Mortis Skills. Als Tormann. Das ist echt ein Mistiger. Und dann werde ich noch zurückgeschleudert. Zweimal hintereinander. Da wird da habe ich ja nicht mal eine In-Mesh-Aus. Hey. Du musst kurz warten, bis ich kill bin. Und jetzt kannst du... Ja, brauche. Ich will machen mal meine Routi. Top. Ich hätte den Fass gekillt, Gott sei Dank, abgeweicht. Ja, Che, mach das clean. Jetzt bin ich dran. Ah, er macht das, Digga. Nein. Wieso, warum? Okay, jetzt musst du warten. Jetzt muss ich doodchen. Ja, hol dir. Hol dir. Okay, okay, bitte Che, Digga. Ich hab's auch verkackt. Er macht das Tor. Nein. Ich will nicht mehr. Ich glaube, so ist man schnell, oder? Ja, so ist man schnell. Man muss nur grad drüber, oder? Dann darf man nicht hängenbleiben. Ich bin am Grünen. Digga, und dann so viel Pech wieder. Macht der Start so gut. Kurz Bursch mitgenommen. Okay, das könnte gut für mich ausgehen. Ich bin Vorher. Das ist nice. Er holt sich sein Ulti. Ich muss das jetzt machen. Was? Er ist so gut im Tor. Nein. Bitte, Che. Du blöd. Das war's. Ich geh auf. Che. Du bist einfach nur ein schlechter Tor, Mann. Okay. Miss. Jetzt kommt die Revanche. Und zwar bin ich jetzt Mortis und er jetzt 8-Bits. Die unteren Teams bitte auch wechseln. Aber ich glaube, ich hab nen Push-Gadget nicht, wo ich mich schneller bewegen kann. Den Push, wa? Alter, ist mir da schnell. Ich geb den Mate-Boost mit. Let's go. Ich hoffe, du machst das nicht. Hier ein X. Aber er ist schneller. GG. Okay, wichtig. Wieder schauen zu von oben. Was wir halt sehen können. Che war schnell am Ball. Komm, muss das ausgleichen. Wir müssen das im Basketball 1-4-1 dann regeln. Okay, ich brauche eh nicht diese Subpol, die von einem bis anderen geht. Ich brauche diese Ding. Ja, mach das. Oh mein Gott. Hilfe. Che, diggi. Ich bin auch so ein schlechter Mord. Ist doch. Nein, das darf nicht sein. Che, du musst das jetzt schneller machen. Ja, 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 ja. Schneller, ja, schneller. Komm, Che, bitte. Das ist echt müß. Äh, schnell, schnell, schnell. Komm, komm. Vielleicht jetzt. Na, das ist der Freund. Ich muss einfach wirklich schauen. Kann man sich so oder so def. Okay, aber er ist schnell am Ball. Er macht ihn rein. Che, gimme Che. Weiter wird er so. Weiter so, weiter so. Ja, er ist halt wieder schneller. Che, gg. Aber ich sage mal nur so, wie es ist. Einfach Vorführeffekt. Das hat mal eine ganz andere Bedeutung. Che, du musst noch schnell schießen. Du musst noch schießen. Den musst du noch in den 80-Unden reinmachen. Er macht ihn rein. Und ich habe noch 5% Akku. Das heißt, wir machen eine kurze Pause. Kurz entspannen. Dann machen wir das. Ich will das auf jeden Fall nicht verlieren. Im Video sind wir eh schon. Na, ich damit eh ein Bild reingeschissen habe. Echt mies. Gegen Salty Möwe. Okay, es ist so wie in der ersten Runde wieder. Okay, er überlebt. Aber Che kann das easy abstammen. Kappa. Nein. Er macht das. Oha. Che, come on. Ich gebe dir noch Ulti. Er vor Ort bei der Attacken. Okay, mach das. Ulti, Ulti. Okay, okay. Das muss ich jetzt machen. Was? Der andere Mod? Na. Nein. Das tut weh. Das musst du jetzt regeln. Ja, Che, Che, Che. Habe ich geholt? Oh. Der Mortis geht noch auf mich. Mach ihn rein. Che, Che. Mega nice. Eigentlich müssen die Mortis die Punkte machen. Die 8-Bits müssen das schlau regeln. Oh. Richtig wuselig. Geh mal rein. Schön, Monshot. Und er macht das. 4 zu 2. Oh mein Gott. Jetzt habe ich nicht mehr 0. Sie dürfen kein 3er machen. Wir müssen das schlau spielen, Che. Ich versuche sie aufzuhalten. Geh, sie machen auf jeden Fall kein 3er. Aber ein 2er. Wie? Wie? Jetzt hat er auch die Ulti. Geil, Mortis. Gut getroffen. Wichtige Hits. Und er macht ihn. Che macht ihn einfach. GG. Es ist einfach Che seine Primetime hier. Best Moments überhaupt von Che. Er hat die Runde einfach komplett gecarried. Auch vorher von mir aus gebessert. Mega gut. Wohl, ich war vielleicht nicht so schlecht. Aber egal. Reden wir nicht drüber. Che, GG. Das war deine Runde. Oh mein Gott. GG's an die anderen auf jeden Fall auch. Haben mega gut gespielt. Mega schwitzig. War knapp. Ich würde sagen, lasst gern ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Auch ein Abo und haut rein. Ciao, ciao.